...atme. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Weiter. Na gut. Aber geh nicht zu weit. Also, Hugo. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Na los! Ist dir gut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Augenblick. Halt durch. Du musst durchhalten. Ich will deine Augen ansehen. Normale Pupillen. Du blitzelst kaum. So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte. Wie soll ich das schaffen? Ich kann nicht. Hilfe. Oh, Gott. Halt. Halt. Steh auf. Steh auf. Und geh weiter. Oh! Das war's für heute. Oh! 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 Mal sehen, was da drin ist. Bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleibst du! Kletter hoch! Er hat gehalten. Ja, wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Komm, hoch mit dir. Hier geht's runter. Gut, gut. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Anno? Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Ja. Hoch. Und hepp. Alles klar. Meine Feder. Du groß sie mal. Ich weiß nicht zu wem die gehört, aber... Möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier. Nimm sie. Ja. Es wird alles gut. Was haben wir denn hier? Ja. 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 Ja.